Die Welt ist erschaffen worden, von dir und für dich, oh Herr. Wenn sie nicht deinen Namen bekennt, dann hat sie wirklich keinen Sinn. Die Welt ist erschaffen worden, von dir und für dich, oh Herr. Wenn sie nicht deinen Namen bekennt, so hat sie wirklich keinen Sinn. Jeschua, 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 Jeschua. Amen, 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 Amen. Auch ich bin erschaffen worden, von dir und für dich, oh Herr. Wenn ich nicht deinen Namen bekennt. Untertitelung des ZDF, 2020